Wenn du gerade eine Phase hast, in der es nicht so gut läuft, also so eine Phase, wo du wenig Hoffnung hast, wo du eher so in einem Tal bist, als auf einer Bergspitze, dann habe ich einen Vorschlag für dich, wie du das verändern kannst. Versprich dir einfach, einen Tag lang nicht an all das Zeug zu denken, das nicht funktioniert, das gerade nicht läuft, sondern an irgendwas anderes, an Dinge, die Spaß machen, an irgendwas Schönes, versprich dir, einen Tag lang nicht an deine Probleme zu denken. Einen Tag und vielleicht dann noch einen zweiten, einen dritten, wer weiß, und du wirst dann sofort spüren, dass sich was verändert in dir und dann auch in deinem Leben. Also lenk deinen Fokus für eine Weile, zuerst mal für einen Tag oder auch nur für eine Stunde, wenn dir das nur möglich ist, ab von dem, was nicht läuft, hin auf das, was läuft oder was du gerne hättest oder was einfach schön ist. Ich verspreche dir, wenn du das tust, wird sich langsam, aber sicher alles verändern. Mehr Tipps fürs Glücklichsein findest du in meinem Buch Pia und das Glück und das wünsche ich dir, glücklich zu sein. Ich verspreche dir, glücklich zu sein.